Verehrtes Publikum, heute jagt ein Höhepunkt der Nächsten, hier kommt schon der Nächste, die Schönauer Strommacht. Wer schon öfters da war, wird vielleicht etwas überrascht sein, wir haben nämlich den Ablauf etwas verändert. Wir haben ja heute das erste Stromseminar seit drei Jahren, das heißt wir haben auch drei Stromrebellen zu ehren. Auch die beiden aus 20 und 21, was ja in diesen Jahren leider nicht möglich war. Ja, genau. Ich würde jetzt erstmal noch Eva bitten, ein paar organisatorische Dinge kundzutun, bevor wir dann in die Preisverleihung einsteigen. Ja, danke Sebastian. Die Neu-Dazugekommenen möchte ich gerne hier herzlich begrüßen zur Schönauer Stromnacht. Wie gesagt, die Verleihung des Stromrebellen in der Mehrfachausgabe wird erfolgen und dann gibt es Kabarett Mephisto Consulting, Propaganda, Früherkennung und Satire mit Matthias Deutschmann. Zunächst mal für diejenigen, die eine Hörschwäche haben, hat die Technik Hörhilfen vorbereitet. Meine Kolleginnen und Kollegen sind an der Seite. Melden Sie sich einfach per Handzeichen. Die Dinger funktionieren so, Sie klappen sie auseinander und damit schalten Sie sie ein und gehen auf den Kanal 1, um einfach den deutschen Ton klarer, lauter, deutlicher, besser, schöner zu hören. Kanal 2. Alles auf die 2. Okay, Dankeschön. Dann, was brauchen wir noch? In der Pause gibt es Getränke und die Helferinnen und Helfer von der EWS Schönau sind nach wie vor da, an weißen T-Shirts zu erkennen. Auch das die Info für die Neu-Dazugekommenen und die Stromrebellen-Verleihung wird live gestreamt. Für den Kabarett-Teil müssen wir abschalten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Matthias Deutschmann dann live zu erleben, wenn er mit dem Programm bei Ihnen in der Nähe ist. Die Stromrebellen, also zum 17., 18., 19. Mal verleihen die EWS gemeinsam mit den Schönauer Energieinitiativen und der Stadt Schönau den Ehrenpreis der Stromrebellen, Stromrebellin des Jahres. Und diese Ehrung wird Menschen zuteil, die sich besonders engagiert haben für die Umwelt, für die Energiewende, für die Widerstände überwinden, die Zivilcourage beweisen und die wollen wir für ihr persönliches Engagement auszeichnen. Die erste Stromrebellin des Jahres 2019, deren Laudat, so gibt es bereits im Internet und auch die entzückende Antwort von Kerstin Rudig. Aber für alle, die Sie noch nicht kennen, Kerstin, komm da mal rauf auf die Bühne. Kerstin, Stromrebellin 2020, schön, dass du da bist. Also, wer sie heute erlebt hat, da brauche ich keine Worte mehr finden, warum das unsere Stromrebellin ist, weil du einfach eine Wucht bist, Kerstin. Hat großen Spaß mit dir gemacht heute und tut es noch weiterhin. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch richtig, hier zu sein. Also, ich habe schon ein schönes Stromseminar erwartet, aber meine Erwartungen sind weit übertroffen worden. Inhaltlich und stimmungsmäßig. Und es ist richtig schön, hier zu sein. Danke. Wie gesagt, das war Beginn des Corona. Wir hatten das Videoformat füreinander entdeckt. Und es gibt eine kleine Laudatio und wie gesagt auch eine schöne Antwort von dir im Internet. Kann man die finden problemlos. Ich sage es aber trotzdem nochmal, warum wir uns für Kerstin entschieden haben. Nicht nur, weil du jahrelang Vorstandssprecherin der BI Lüchow-Dannenberg warst und letztlich ja auch Gorleben beendet hast. Auch für dein Engagement bei Don't Nuke the Climate, was du ja auch mit aus der Taufe gehoben hast. Und letztlich in deiner Person verbindet sich auch die Anti-AKW mit der Klimaschutzbewegung, was einfach ein ganz wichtiger Schritt ist. Kerstin, ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt auch endlich deinen Pfeil überreichen darf. Nicht draufsetzen. Vorsicht. Ja, tolles Teil. Vielen Dank. Kerstin, du hast es verdient. Ja, ja. Gehört natürlich auch noch was zu trinken dazu. Kannst du es dir mit dem Fläschchen schon mal da bequem machen? Ich wollte gerade sagen, ich setze mich dann schon mal da drüben hin. Es wird im Anschluss, wenn die anderen beiden Stromrebellen ebenfalls gekürt worden sind, dann gibt es hier noch den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt mit dem Bürgermeister. Guck, dass du es bis dahin nicht alles ausgetrunken hast. Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich habe mich zwar auch im Internet schon bedankt, aber ich möchte das jetzt hier auch nochmal persönlich tun. Also, bleib ruhig hier, bleib ruhig hier. Ihr seid einfach eine ganz tolle Bande. Was ihr aus der Taufe gehoben habt, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen. Ich bin total froh, dass ihr mich mit diesem Preis ehrt. Es ist wirklich eine große Ehre. Weil das, wofür ihr steht, wenn ihr sagt, dass ich eine gute Sache mache, dann ist es ein ganz großes Lob und dafür möchte ich mich wirklich bedanken. Gerstin. So Verbündete braucht man. Vielen Dank. Gerstin, lass mich nur sehen. Bleibst du in der Nähe. Wir haben, das habe ich heute Morgen schon gesagt, das wiederhole ich für diejenigen, die neu dabei sind. Im Energiewende-Magazin könnt ihr, können sie über Kerstin eine ganze Menge lesen, wie auch über die anderen Stromrebellinnen und Rebellen des Jahres. Und einer der Stromrebell 2019, den dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Dirk Wang sind ja, können wir als Obst dann alsjeblieft. Das ist der Stromrebell 2019. Wir haben ja heute geballte Stromrebellen-Power im Saal. Genau. So, als nächstes haben wir die Stromrebellen 2021 zu Ehren. Und da habe ich, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, genau. Und die Stromrebellen des Jahres 2021-30. Hallo, Frau Dr. Verheyen. Schön, dass Sie da sind, mindestens digital. Hallo, guten Abend. Klappt das? Ich verpasse das Umarmen, das ist sehr schade. Ja, Frau Verheyen. Ihr Sohn macht Abitur, hat Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Familie ist das Wichtigste, ist klar. Aber schön, dass Sie digital hier in Schönau sind. Ich muss hier hingucken. Es ist alles so verwirrend, diese digitale Welt. Ich habe eine Laudatio vorbereitet, die ich jetzt auch für Sie halten werde. Soll ich das nochmal zusammenfassen oder willst du direkt loslegen? Ich lege direkt los, Eva. Sonst hören wir dreimal dasselbe. Das geht gar nicht. Die Präambel ist immer dieselbe, wie sie Eva vorher so schön vorgetragen hat. Deswegen steigen wir direkt ein in Ihre Laudatio. Ja, das Jahr 2021 scheint durch die Umwälzungen der letzten Monate in weiter Ferne. Viele wichtige Ereignisse von 2021 sind in den Hintergrund gerückt. Dazu gehört zum Beispiel das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, zu dem unsere Stromrebellin des Jahres 2021 wesentlich beigetragen hat. Im vergangenen Jahr haben wir den Preis der Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen zuerkannt, die an dem Urteil einen wesentlichen Anteil hatte. Auch für sie konnte keine festliche Verleihung stattfinden. So ist der heutige Abend eine wunderbare Gelegenheit, ihre großen Verdienste für den Klimaschutz wieder ins Scheinwerferlicht zu rücken. Roda Verheyen engagiert sich seit vielen Jahren als Anwältin intensiv für Umwelt- und Klimaschutz. Im Frühjahr 2021 hat sie als eine der Anklagevertreterinnen vor dem Bundesverfassungsgericht erreicht, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nachbessern musste. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, aber Sie haben ja auch eine Festgemeinde. Ich glaube, Sie sehen uns beide, aber Sie hören den Rest. Ein richtungsweisendes Urteil. Denn zum ersten Mal wurde in Deutschland eine Regierung für die Einhaltung der Klimaziele zur Verantwortung gezogen. Angesichts des gewaltigen Handlungsdrucks, der auf der Welt lastet, die Klimagasemissionen sehr schnell zu reduzieren, ist es ein immenser Fortschritt, dass die Gerichtsbarkeit mehr und mehr bereit ist, Unternehmen und Regierungen, die zum fortgesetzten Ausstoß von Klimagasen beitragen, eine Verantwortung zur Erhaltung unseres Planeten zuzuweisen und sie dazu zu verpflichten, die Emissionen zu verringern. Diese ermutigende Entwicklung verdanken wir den Anwältinnen und Anwälten, die das Thema Klimaschutz in die Gerichte getragen haben. Unsere Preistheorie ist in dieser Sache für uns eine herausragende Persönlichkeit. Als Anwältin hat sie es geschafft, mit Mut, kreativem Denken, Durchsetzungsvermögen und einer bewundernswerten Beharrlichkeit den Klimaschutz justiziabel zu machen. Worum es ihr wirklich von ganzem Herzen geht, ist, dass ihr Handeln greifbare Ergebnisse zeitigt. Nicht nur Blabla, wie Greta Thunberg sehr treffend formuliert hat. Dass die Regierung das Klimaschutzgesetz nachbessern musste, zeigt, ihr Handeln bewirkt etwas. Auch heute streitet sie unermüdlich weiter vor deutschen Gerichten für ihre Mandantinnen und Mandanten, dreht große und kleine Räder für die Sache. Einer größeren Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als sie für den peruanischen Bauern Saul Luciano Biua, ich hoffe, es ist einigermaßen richtig, die RWE verklagte, schon weil meine Frau Halbmexikaner ist, eigentlich peinlich, die RWE verklagte, weil der Energiekonzern mit seinem Treibhausgasausstoß dazu beiträgt, dass ein schmelzender Gletscher sein Dorf in Südamerika bedroht. Ja, absoluten Applaus. Ihr aktueller Fokus, die Vertretung der sogenannten Verbrennerklage. Das ist eine Klimaschutzklage von Greenpeace gegen die Automobilindustrie, genauer gegen den VW-Konzern. Parallel klagt die Deutsche Umwelthilfe gegen BMW, Daimler und einen Gas- und Ölkonzern. Es bleibt also weiter spannend. Wir finden, durch ihr unerschütterliches Bohren dicker Bretter im deutschen Rechtssystem, hat Roda Verheins enormes für den Klimaschutz erreicht. Und ich weiß, dass sie ergänzt wissen will, nicht sie allein, sondern sehr viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit ihr gemeinsam. Durch ihr unermüdliches... Ja. Durch ihr unermüdliches Wirken ist die Gerichtsbarkeit zu einem weiteren wichtigen Baustein zur gesellschaftlichen Implementierung von Klimaschutz geworden. Wir freuen uns sehr und sind stolz, sie in den Reihen unserer Stromrebellen und Stromrebellinnen zu haben. Frau Verheyen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hole gerade den Award. Darf ich schon was sagen? Nein. Ich warte. Ah, herrlich. Vielen Dank. Ich würde ihn jetzt nehmen. Unter Herzen. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Einmal kurz. Sie gehen noch im Applaus unter, aber jetzt. Den Applaus habe ich leider fast gar nicht gehört. Den habe ich mir dazu gedacht. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich jedenfalls so hier sein kann. Vielen, vielen Dank, dass ich Stromrebellin sein darf. Es hat mich überrascht und dann sehr gefreut. Und ja, in der Tat, ich würde diesen Preis, wenn ich könnte und auf der Bühnestunde jetzt einmal drehen und all denen widmen, wegen derer ich ihn bekomme. Und das sind nämlich meine Mandantinnen und Mandanten und vor allem die Umweltverbände, die mich unterstützen seit Jahrzehnten in dem, was ich tue. Was man macht und ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dieser Art, erstreitet man nicht allein. Genauso wenig, wie man Stadtwerke Schönau ganz alleine aufgebaut hat, wie ich gelesen habe. Deswegen, ja, ich widme diesen Preis ganz ausdrücklich der gesamten Climate Litigation Community in der ganzen Welt. Denn das, was ich hier in Deutschland mache, machen viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch eben Mandantinnen und Mandanten in der ganzen Welt. Und das ist auch notwendig. Und wie Sie schon gesagt haben, ich habe mir Umwelt bewegt, wie ich war, überlegt, was kann ich tun mit meinem Leben und habe mich entschieden, die Gerichtsbarkeit muss ran. Und daran arbeite ich Schritt für Schritt. Man verliert, man gewinnt. Ja, das ist ganz klar. Das Bundesverfassungsgericht hat uns Recht gegeben. Viele andere Gerichte geben uns nicht Recht. Wir haben immer mal wieder eine Wippe, auf der wir springen auf und ab. Aber genauso wie Sie in der Energiebranche, bei den Erneuerbaren, genauso wie die, die schon seit langem sich für die Mobilitätswende einsetzen, muss man eben beharrlich bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist. Und in dem Sinne bin ich besonders stolz, dass ich jetzt hier bei einem solchen, ja, für mich auch Vorreiterunternehmen geehrt werde. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen mal drei Worte aus meiner Praxis, denn ich höre natürlich nicht auf. Und ich komme tatsächlich gerade aus Peru. Wir haben gerade in dem Fall, den Sie gerade erwähnten, in dem Fall meines Mandanten Saul, Luciano Juya, einen Ortstermin gehabt mit dem deutschen Gericht, deutschen Experten, ja, einer Riesenabordnung von Menschen aus Alemannia, die sich vor Ort angeschaut haben, was wir anrichten und angerichtet haben. Um mal ganz ernst zu werden, denn man steigt in Lima aus dem Flugzeug und sieht unendliche Mengen von Menschen, auch ganz, ganz viele arme Menschen. Man fährt dann acht Stunden mit dem Bus ins Hochgebirge. Und was man dort sieht, sind schmelzende Gletscher, Gletscher, von denen man weiß, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren wahrscheinlich weg sind. Unwiederbringlich. Und was man auch sieht, ist das extreme Risiko, was von diesen Gletschern ausgeht. Und in meinem Fall eben die Risiko einer Gletscherflut, was man aber auch ganz genau versteht, wenn man, wie ich eben jetzt gerade mit indigenen Gesellschaften dort steht, mit Frauen und Männern auf dem Feld, die von dem Wasser leben, was aus den Gletschern gentall läuft, dann versteht man, was wir eigentlich der Welt antun mit dem Klimawandel. Und das ist auf der einen Seite unglaublich anstrengend und auf der anderen Seite natürlich Kraft und Energie gebend. Dieses Verfahren werde ich zu Ende führen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, es ist richtig, Verantwortung zu übernehmen für die Folgen des Handelns. In diesem Fall eines der weltgrößten Emittenten für die Folgen seiner Emissionen aus den eigenen Kohlekraftwerken. Und meines Erachtens nach kann die Gerechtigkeit nur zuletzt liegen. Wir müssen an der Stelle einfach weitermachen und können uns nicht dahinter verstecken, dass irgendwelches Recht möglicherweise noch keine Anwendung findet. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat in der Hinsicht natürlich einmal ganz stark Wind von hinten geblasen. Das haben wir auch dringend gebraucht. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht allein von hinten geblasen. Wir haben großartige Urteile aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Frankreich. Wir haben mehrere Klimaklagen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, an denen ich mich beteiligen darf. Wir können, glaube ich, mit Sicherheit eines sagen. Die Gerichte werden in den nächsten Jahren nicht aufhören, zu dem Thema zu judizieren. Nicht immer positiv, wie vielleicht einige von Ihnen heute in der Zeitung gelesen haben, hat der Supreme Court in den USA der Nationalen Umweltbehörde de facto die Kompetenz entzogen, den Klimawandel zu bekämpfen. Jedenfalls, was das Anlagenrecht angeht. Der Clean Power Plan von Obama ist de facto kassiert worden. Die beiden Administrationen stehen insofern vor einem Scherbenhaufen ihrer eigenen Möglichkeiten. Jetzt gilt es, ganz schnell umzusteuern. Es gibt natürlich Strategien. Das heißt, Klimaklagen sind nicht nur von unserer Seite erhoben. Das haben wir auch in Deutschland erlebt. Es gab ja einiges an Klagen gegen den Zertifikathandel, gegen das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber wir haben eben auch immer wieder ganz, ganz großartige Urteile. Und Sie haben mein VW-Verfahren schon erwähnt. Und auch wenn es mir sehr schwer fällt, immer wieder die Antworten von Anwälten der Gegenseite zu lesen, in dem Folgendes steht. Der Klimawandel mag da sein, aber alle verursachen ihn, nicht wir. Das Recht ist nicht anwendbar. Man kann die Folgen des Klimawandels nicht attribuieren, nicht zurechnen. Und in jedem Falle wäre es ja ein Skandal, das Zivilrecht anzuwenden, auf so ein globalisiertes Problem mit dem Klimawandel. Jedes Mal wieder, wenn ich so etwas lese, muss ich mich sammeln, atmen und weitermachen. Und ich weiß, dass das auch meine Kolleginnen und Kollegen tun. Und unter anderem deswegen haben wir diese Woche ein großartiges Urteil aus Brasilien. In Brasilien hat der Supreme Court, der dortige, entschieden, dass das Paris-Übereinkommen ein Menschenrechtsvertrag ist und damit Vorrang hat vor allen nationalen Gesetzen. Die Hague. Sehr gut. Ja, das muss man wirklich, man kann es gar nicht genug betonen, unabhängig davon, was jetzt konkret passiert. Es ist ja immer so eine Sache, ja. Eine Klage gewinnen heißt noch nicht, Emissionen reduzieren. Aber ein solches Urteil wäre vor fünf Jahren noch vollkommen undenkbar gewesen. Und was die brasilianische Gesellschaft damit jetzt macht, wir werden es sicherlich ganz eng verfolgen. Und insofern, genau, kehre ich zurück. Ich gebe diesen Preis weiter an die gesamte globale Climate Litigation Community. Hoffe, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen dadurch genauso gestärkt werden wie ich und wünsche Ihnen allen noch einen superschönen Abend. Ich hoffe, ich kann mal ein anderes Mal zu dieser netten, offensichtlich sehr kuscheligen Gesellschaft. Das goldene Buch der Stadt wartet auf Sie. Das wäre toll. Den schicken wir Ihnen zu. Den Champagner auch. Dankeschön, Dr. Roda Fahein. Und das Trio ist noch nicht voll. Wir haben natürlich auch dieses Jahr einen Stromrebellen, eine Stromrebellen des Jahres zu küren. Ja. Und wer könnte das sein, Sebastian? Weiß es auch nicht. Ich muss erst mal den Umschlag öffnen. Mhm. Wir sind gespannt, wie viel zu kommen. Die Jahren auf der Notatio sind auch alle geschwärzt. Jetzt wird es schwierig. Das ist ja der Hammer. Ich fange einfach mal an, ja. Mach mal. Das Jahr 2022 markiert, wie heute schon vielfach beschrieben, eine Zeitenwende. In Deutschland werden die letzten drei Atommeiler abgeschaltet. Aber weltweit ist die Atomkraft noch lange nicht am Ende. Der entsetzliche Krieg in der Ukraine und die damit verknüpfte Energiekrise erschweren die Situation zusätzlich und rücken fatalerweise auch die lebensnotwendigen Klimaziele wieder aus dem Blickfeld. Vor diesem Hintergrund haben wir uns als Preisträger in diesem Jahr für einen Menschen entschieden, der sich in ganz besonderen Maße durch Mut, Tatkraft und strategische Intelligenz auszeichnet. In diesem Jahr gehören die Schönauer Energieinitiativen, die Stadt Schönau und die EWS, den Co-Gründer der russischen Umweltorganisationen Eco-Defense, den Anti-Atom- und Klimaschutz-Aktivisten und Träger des alternativen Nobelpreises Wladimir Slivjak zum Schönauer Stromrebellen 2022. Thank you very much. So, Wladimir, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe ja gerade erst angefangen. Komm in unsere Mitte. Ich bin mit meiner Laudation noch nicht am Ende. Is it all about me? This is all about you. You will be quite astonished. It's all about you. I try to speak slowly for the translation. Mein Russisch ist schlecht, deswegen. Mit Wladimir Slivjak ehren wir eine Persönlichkeit, die den Kampf gegen Atomkraft und für Frieden, Umwelt und Klimaschutz schon lange auf einer internationalen Ebene denkt. Er war einer der ersten, der die geopolitische Bedeutung der russischen Atompolitik thematisiert hat und mit Kampagnen und mit Kampagnen offen legte. Bereits 1989 gründete er noch als Schüler in seiner Heimatstadt Kaliningrad die Umweltschutzorganisation Eco-Defense. Damals mit dem Ziel, den durch die Industrie verdreckten Fuß Bregels in seiner Heimat zu retten. Zwei Papierfabriken vor den Toren der Stadt hatten über Jahre aggressive Chemikalien in den Fluss geleitet. Ohne Konsequenzen, die Behörden interessierten sich nicht dafür. Auch erhöhte Krebsfälle, tonnenweise toter Fisch im Fluss, der extreme Gestank im Sommer, die große Eigenplage erinnerten nichts daran. Wladimir aber organisierte mit einem Studienfreund zunächst eine Zeitung, die darüber berichtete, später die größte Demonstration in Kaliningrad, die es je gegeben hat. So bewirkte er, dass die eine Papierfabrik unmittelbar danach geschlossen wurde. Seitdem blickt er wach auf die Entwicklungen in seiner Heimat und auch darüber hinaus. So gelang es ihm 2009 mit einer Informationskampagne in der Bevölkerung und durch politische Aktionen, ein bei Kaliningrad geplantes Atomkraftwerk zu verhindern. Er fand heraus, dass dieses nicht für die Stromversorgung von Kaliningrad notwendig war. Vielmehr sollten die Stromlieferungen aus dem Atomkraftwerk nach Litauen und Polen eine strategische Abhängigkeit dieser Länder von Russland geschaffen werden. Ein weiterer wichtiger Fokus seiner Aktivitäten ist der Kampf gegen den Import von Atommüll aus Europa. In den 1990er Jahren war Eco-Defense entlang der transsibirischen Bahnstrecke unterwegs und informierte die Bevölkerung, die sich mit Protestaktionen wehrte. Eco-Defense erreichte, dass Putin 2001 ein Gesetz unterschrieb, das den Import von Atommüll erschwerte. 2014 konnte er mit der Veröffentlichung geheimer Verträge auch ein Projekt Russlands mit Südafrika aufdecken. Russland sollte in Südafrika acht Atommaller bauen. Er ist mit Aktivisten vor Ort durch Südafrika gereist, um die Bevölkerung über das Atomprojekt aufzuklären, die Risiken und die Gefahren einer geopolitischen Abhängigkeit von Russland aufzuzeigen. So gelang es ihm, die öffentliche Meinung zu drehen. Mit der Offenlegung der geheimen Verträge konnten sie auch die westlichen Banken, die das Projekt finanzieren sollten, dazu bewegen, ihre Zusage zurückzunehmen. So gelang es Wladimir Slivjak zuletzt, den Bau der acht russischen AKW zu verhindern. So great. Wow. Wer heute Vormittag schon da war, da hat er auch selbst davon berichtet. Und vereitelt hat er somit auch Putins Plan, Afrika von Südafrika aus nach und nach zu Russlands Atomkolonie zu machen. Wladimir Slivjak ist aber nicht nur ein äußerst erfolgreicher Anti-Atom-Aktivist, sondern auch Russlands wichtigster Akteur für den Klimaschutz. So startete seine Umweltorganisation Eco-Defense eine groß angelegte Kampagne gegen den ganze Landstriche zerstörenden Kohleabbau im südsibirischen Kuspass. Die Aktivisten informierten nicht nur die Bevölkerung vor Ort über die ökologischen und gesundheitlichen Gefahren. Sie sind auch in die Länder gereist, die die Steinkohle aus dem Kuspass importieren. Sie sprachen mit den Verantwortlichen und zeigten ihnen auf, welche desaströse Folgen der Abbau bei den Menschen in der Region hat. Sie konnten zudem nachweisen, wie eng der Kohleabbau mit Putin verbunden ist. Viele Familienmitglieder von Putin begleiten Führungspositionen in Kohlekonzernen. Sie verdienen unfassbar viel Geld und müssen sich um Gesetz und Moral nicht scheren. Für Wladimir Slivjak ist sehr klar, dass man gleichzeitig gegen Atomkraft und für wirksamen Klimaschutz kämpfen muss. Schon alleine, weil immer wieder versucht wird, die Atomkraft als Klimaschutztechnologie zu etablieren. Wegen ihrer nationalen und internationalen Aktivitäten wurde Eco-Defense 2014 vom russischen Staat als ausländischer Agent eingestuft. 2019 musste die Co-Vorsitzende Alexandra Koroleva, weil sie in Russland von Haft bedroht war, nach Deutschland fliehen. Im vergangenen Jahr wurde auch für Wladimir die Situation in Russland so bedrohlich, dass auch er das Land verlassen musste und heute die Arbeit von Eco-Defense von Deutschland aus koordiniert. Seine derzeit wichtigste Forderung ist das sofortige Inkrafttreten eines Atomembargos gegen Russland. Seine Vision ist ein freies Russland, das mit seinen riesigen Landflächen zu einer neuen Supermacht, einer Supermacht der erneuerbaren Energien wird. Wir freuen uns außerordentlich mit Wladimir Slivjak, einem der bedeutendsten Vorkämpfer. gegen Atomkraft und für Umwelt- und Klimaschutz als Schönau-Stromwellen 2020 ehren zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch, Wladimir! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir haben uns jetzt schon wieder zu sprechen. Wir haben uns heute noch eine Menge Zeit. Aber ich habe noch nicht viel Zeit, aber ich möchte jetzt sagen, dass ich sehr, 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 sehr erinnert. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr gehalten. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr. Ich meine, wirklich. Ich dachte, dass du nur die Deutschen nur die Deutschen, von mir gesagt hast. Um, I, if there would be only me, uh, we wouldn't have all those successes with IncoDefense. I mean, there are a lot of very nice colleagues, uh, in my organization that's been working to achieve all these successes. There are a lot of friends that I have in, in Europe that's been helping to achieve all these successes. And, uh, and at least one of them, Kerstin Rudig here that, uh, you know, we've been working a lot together, uh, over years. And, um, yeah, I think every big success of environmental movement is done, well, when people unite it, when there is a lot of people getting together, getting their efforts together in, uh, in a time and resources. And this is how we win. We win by uniting people, uh, not just, you know, as a person. And, um, I was, I was just thinking, like, not far, not long ago, what I'm going to say here. And I decided to say very simple things, like, what I want. And it's, it's really not that much. I want nuclear phase out worldwide. I want 100% of renewables, um, worldwide. And, of course, the war, uh, the Russian invasion in Ukraine to be stopped immediately. That's also the thing I want very much. And, um, and that's pretty much it. I mean, oh, I just forgot one more thing. We're going to do new campaigns here in Europe, and I hope you guys will help, uh, to raise us funds for this campaign. That would be really great. To cancel Russian nuclear expansion, basically. Yeah. Uh, thanks again. That is really big honor for me. And I hope we will continue to work together and cooperate together. And, uh, yeah. Just really, thanks a lot. Yeah. 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 We will now come to the ceremony with the golden book of the town. Oh, wow. Yeah. So. Kommen wir also zum, äh, zum offiziellen Festakt, dem Eintrag in das goldene Buch der Stadt. Und ich möchte den Bürgermeister der Stadt Schöner, Peter Schetzern, auf die Bühne bieten, und auch Kerstin. Let him there. Congrats. Soll ich da zentral rücken, oder bleibt das so stehen? Gut. Peter, grüß dich. Ja, ähm, zu diesem Preis gehört auch der Eintrag ins goldene Buch der Stadt. Ähm. Wer, wer möchte zuerst? Komm, ich nehme dir das mal ab. It's Kerstin Goenthal. Okay. Okay. Ich dachte schon, ich könnte den Champagner abstauben. Aber gut. Hat nicht geklappt. Kerstin. Wie schön. Ja? Das ist toll. Ich freu mich. Also, Wladimir trägt sich ja öfter mal in goldene Bücher ein. Für mich ist es das erste Mal. Sehr schön. Ist es egal, wo ich mich eintrage? Ich würde gerne hier runter. Sie dürfen zweimal unterschreiben. Schreibt man da einen Spruch noch dazu? Das ist ganz unterschiedlich. Oder schreibt man ein Dankeschön? Oder... Ja, ich bin ja ein spontaner Mensch, ne? Lass laufen. Das wird schon sicher verwahrt und streng bewahrt. Das wird schon sicher verwahrt und streng bewahrt. Ja, ich schreibe wirklich noch. Sie schreibt noch. Sie schreibt noch. Das dauert. So, das war doch jetzt okay, oder? Darf ich es selber vorlesen? Es freut mich sehr, dass wir das erste goldene Buch sind, in das du dich einträgst. Also, liebe Gemeinde Schönau, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und Ihr starkes Engagement für den Umweltschutz. Sie sind vorbildlich. Ihre Kerstin Rudek. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Wünsch noch mal. Dankeschön. Kerstin, jetzt noch ein bisschen Milch. Er hat euch gesagt, dass ich Blumen liebe. Danke. Wie holen wir die Unterschrift digital nach? Ich hoffe, auch Frau Verheyen kommt irgendwann mal noch in den wunderschönen Schwarzwald immer eine Reise wert. Vielleicht jetzt aber nehme ich dir die Flasche ab. Ich werde das schneller machen. Ich werde das schneller machen. Ich werde das schneller machen. Danke. Und ich werde das schneller machen. Jetzt müssen wir schauen. Wie sitzt du vor? Peace, love and 100% of renewables. Wladimir Slivjak. Ja. You got all in short words. Vladimir, let's take a photo together. Oh, wow. Should I take it for you or the bottle? I can take everything. Okay. Ich links, du rechts. Soll ich gerade kurz die Anweise oder? Da, die Fotosgrafen sind da. Toll, toll, dass ihr da seid. Unsere Stromrebellen und unser Bürgermeister. Ja, toll. Vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter im Programm. Wir gehen weiter im Programm, weil wir haben jetzt zunächst einmal Pause beziehungsweise die Presse hat noch die Möglichkeit, noch ein Blitzgewitter über euch, über sie abzuladen. Ganz kurz, Sebastian. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause hier wieder in Schönerm-Schwarz-Halt in Präsenz zusammengekommen sind. 25 Jahre Stromnetzübernahme. Toll, was daraus sich entwickelt hat. Ich wünsche weiterhin der EWS. Ich wünsche dir uns, der Klimaschutz-Idee, ganz viel Erfolg. Auch ich hoffe 100 Prozent, dass wir atomstromfrei werden. In Deutschland sind wir jetzt fast schon noch nicht ganz, aber ich hoffe, wir machen keinen Rückschritt. Ich wünsche euch, allen, die hier hergekommen sind nach Schönerm-Schwarzwald, noch einen guten Aufenthalt. Nachher viel Spaß mit Matthias Deutschmann. Ich freue mich genauso drauf. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr kommt alle wieder 2023. Und ich hoffe, wir schaffen es, den Klimaschutz, unsere Erde zu bewahren. Herzlichen Dank. Danke schön. Danke. 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 Vielen Dank.